Kontroll ist ganz wichtig F3 ist immer noch live Seit 25 Stunden Das ist wichtig Das Rekord ist 27, 31 Wahnsinn Was ist denn das für ein Beinz, Alter? Das ist nicht verarscht Es hat ein Controller-Game Ja, das macht Sinn Ja, was? Es ist ein Controller-Game Es ist ein Controller-Game Es gab doch nicht mal einen Controller damals Controller-Game Es gab keinen Controller damals Es gab keinen Controller damals Kommt doch für die Playstation raus Es gab keinen Controller damals Dug-Dash? Was soll das sein? Was da im Game ist? Es sind nur 4 GB Will ich Tank-Controlls oder Modeling-Controlls? Ja Ja Aber das ist ja für Babys Indem Spielspaß Nicht um Ehm Spielspaß ist Dattelows Could not lock you into a battle-landetap Wie ich dieses random pop-up gerade War doch schon eingeloggt So was schweres Down for maintenance oder was? Walk to action Was soll das heißen? Verwirrt? Shift Um synagogue Was soll das sein? C Shift Vielen Dank. Ich habe das GameStar-Video gemacht. Ich habe rein durchgeskippt, ja, als wir... Der meinte, die springt in die Richtung, wo man guckt? Mit modernen Controls, das stimmt doch gar nicht. Wie macht man denn die Sideguards-Jumps in den modernen Controls? Ich spiele oldschool. Abschaum, Alter. 10 Controls for life. DuckDash. 10 Controls for life. Ja, warum fährt mir die Mause aus dem Screen? Ich habe doch was dagegen. Ich habe doch was dagegen. Ja, da habe ich ja auch. Ebola hast du. Shift-F3, ah ja, danke. Auch schon besser. Ich hätte gerne einen Maus-Look. Mit 10 Controls. Press es wieder und schnell eine der Direktionen presse und ich schaue da. Das ist sehr kompliziert. Shift-F3. guck, 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 guck. Na ja, gut, was auch immer. Overuse! E. Was macht's denn? Oh, die Hauptbahnhof. Sorry about the crates. I'm having some things put into storage and the delivery people haven't been yet. Run up to a crate, and while still pressing forward, press action, and I'll vault up onto it. Unblickty. What? Huh? Huh, whatever. Huh. 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 This used to be the ballroom, but I've converted it into my own personal gym. I don't actually run it with the walk button down. If you want to look around, press and hold the look button. If a jump is too far for me, I can grab the ledge and save myself from a nasty fall. Walk to the edge with the white line until I won't go any further. Then press jump immediately, followed by forward. And while I'm in the air, press and hold the action button. Nice. Nice. Press forward and I'll climb up. If I do a running jump, I walk to the edge with the white line until I stop. Then let go of walk and tap backwards to give me a run up. Press forward. Right. This is a really big one. So do a running jump exactly as before. Except while I'm in the air, press and hold the action button to make me grab the ledge. Reder remastered ads racial and ethnic content warning. Have you seen that already? Try to vault up here. I can't climb up because the gap is too small. But press right and I'll shimmy sideways until there is room. Then press forward. I'm excited. Come back backwards and I'll jump back backwards. Immediately press and hold the action button. And I'll grab the ledge on the way down. Oh, just a few seconds. Modern controls. Ah, it's going automatically. Hmm, I don't know. Also es gibt einen Instant One Button Switch zwischen alter und neuer Grafik. Ja klar, so wie in jedem guten Remaster. Ja, so wie in jedem guten Remaster. Ja, so wie in jedem guten. Ich hab' ich noch nie gehört oder gesehen. Ja. Kannst du noch eins, Aulis, wo man das kann? Ja. Noch nie gehört. Doch. Richtiges, richtiges Nische Feature. Schon öfter gehört. Äh. Ja, was gab's noch so viel Remastered? XD Monkey Island. Let's go for a swim. The jump button and the directions move me around underwater. Sick, bro. Ah, ah, eh. Just use forward and left and right to maneuver around on the surface. Right, now I'd better take off these wet clothes. Das ist richtig. Bring dich um. Nein. Dann sag die Uhr. Muss ja gleich schon wieder los. Uah. Ah, das knackt. Knack, knack. Kack, kack. Schnauze. N, knack. Knack. Nick Knack. Nick knack. Nick Knacks. Kick knacks. Ja, das ist. Ein bisschen Cutscenes. Ich hätte auf Deutsch stellen sollen. Entschuldigung, ich spiele nur für Sport. Dann möchtest du ein großer Park? Peru? Vast mountain ranges zu cover? Sheer walls of Ice? Rocky Crags? Savage Winds? Und hier ist ein kleines Trinket. Ein altes Artefakt von Mystical Power ist buried in der Ungefäden Tomb von Qualipek. Das ist mein Interesse. Du kannst morgen gehen. Morgen? Are you busy tomorrow? Es gibt übrigens auch einen Fix für diese... Frame-Pacing-Issues. Was? Ja. Was fühl ich jetzt? Dort suchen wo es war. Ich schau sofort. Die Nase. Was bist du? Weinst du nicht so als Hundebesitzer, wenn die einfach abgeknallt werden? Du bist so nett. Das ist doch keine Hunde. Ach so. Das sind alles dasselbe. Höfe? Vier Beine und eine Schnauze. Ja, so wie du. Ah! Arf arf. Lara kruft. macht ja gar keinen sinn also dachte ich bin in game wie schießt das wichtigste hat doch nicht leben wo ist denn hier die taste zum switchen war jedoch ja nicht weißt du die taste gut gelackt das war es f1 weiß nicht was alt ist und was neu ist ja das macht sinn da wäre ich schon gestorben als baby ich fand die immer viel zu gruselig ja ja Der Jumps. Danke mal. Und nur mit den Pistols kann man in modernen Kontrollen diese Jumps machen, diese Flips. Die neue Grafik sieht direkt besser aus. Alles gefixt. Ich hoffe bald kommt Deuce Remaster. Der Switch ist doch einfach nur ein Beat für Helligkeit. Ja, klar, einmal kurz hier scan. Ah ja, nichts zu sehen. Ah, hier würde ich gern wohnen. Das ist richtig. Wie speichert man denn überhaupt? Hier? Ah ja. Man muss ja manuell abspeichern. Kannst dir das vorstellen? Uff, ich glaube diese Prompts muss ich ausmachen. Das ist ja wie Cheaten. Was sagst du dazu? Ganz okay. Alles gut. Alles gut. Kannst du ja jetzt好啦 iPhone kémals schwise? In der Summe jedoch probierst du setzt auf einen Knie hin? also das alte was genau die grafik nee aber gar dieses movement und das klettern hier nein meine ersten enemies Hilfe ich hab low FPS um so bei den FPS am Arsch x habe ich dir gepostet ach so was für dafür jetzt sobald ich weiß ja wie random ist das denn kann ich das im laufende Betrieb machen also hier erledigt ich bin ja eh nicht mehr lange da 10 Minuten und dann mache ich das gleich später warum hat davon niemand was erwähnt im Review san 1g macht mehr spaß als counter strike hier noch weiter für dich ja ich hab das Jump gedrückt da unfassbar wie lockt er denn überhaupt auf den Gegner? bin ich bescheuert? gescheuert? gescheuert? was? ja wie? das ist einfach nicht gemacht für modern controls ich schwöre mit 10 control sehe ich permanent gelockt cope cope ich schwöre da gibt's da noch ne taste für ich drücke jede taste ja whatever schaffe ich schon so bin ne elite gamer mal im wangen gibt's keine first person view mit äh ADS ist dies ich so bauschmerzen und das ist so viel gefressen ein stück von diesem müllkuchen gegessen ob schimmel drin ja, Asbest nice job alles kommt hoch oh man walk control nice jump I'm going to die I'm going to die I'm going to die I'm going to die ok, nice, ich hab mein safe game geladen von vorn was sagst du dazu? ja dabei wollte ich das nur überschreiben wie geht denn das? ist das passt? ja, nice me, Alter ich hab wieder was gelernt, du, dass es jetzt passiert ist ja, nice, nice, nice ja, nice will ich nochmal den Bären fraggen wow, 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 Junge easy abuse ist der geflüchtet? cheap ooh what the fuck okay what there you go Jetzt hat die Uhr Loot Du sollst dich nicht umdrehen, what the fuck. Das macht null Sinn, ich drücke nach hinten und sie dreht sich um, anstatt zu backpedal. Ich versteh nicht, oder muss ich die ganze Zeit backpedalz machen? Oh, ein Backflip, ein Backflip, ein Backflip. Okay. Nöt, nöt. Alter Schwede. Erst springen, dann die Richtung. Hey, wie war das ein Cheat? Das hab ich doch auch so gesehen. So ein Augmentation induced. Wow, cool. Uuuuuh. Ich hab so Space gedrückt, Alter. Ich schwöre auf DM. Easy win. Achso, ist auf dem Timer. Fuck you. Ist nun eine Todesfalle oder ein Sekret? Klingt nach einem Sekret. Sieht aus wie eine Todesfalle. Schnell speichern. Ehehehe. Schwupp. Ich bin tot. Ne gut, ich muss jetzt los. Ich hab so Space gedrückt. Ob du brauchst eine neue Space-Taste? Ja. Man muss einfach sich Zeit nehmen. Für jeden Jump. Ja. Hehehehe. Leber nicht. Toxic. Alles klar. Dann mach ich den Fix später. Und dann bin ich pumped. Mach den Fix doch jetzt, bevor das nachher vergisst. Ne, ich muss jetzt los. Ich muss jetzt los. Schnell. Ich bin jetzt schon zu spät. Ich bin jetzt schon zu spät. Ich kann nicht mal Endstream drücken. Alles laggt. What? Hallo? Hallo? Was ist denn hier los? Weiß nicht, wo? Ich habe Planeten ausgesprochen.